Neue Produkte braucht das Land. Wir stellen euch hier mal eine Zimtsahne im Sprüher vor mit Zimtaroma. Die ist von Rosima. Dort gibt es auch neue bunte Sahnen von. Die stellen wir auch noch separat vor. Hier zeigen wir euch mal die Rosima Sahne. So sehen die bunten aus. Nährwerte Zutaten kann man nicht lesen, selbst mit Brille. 250ml Sprühsahne sind drin. Und dann hat es den üblichen Sprühkopf. Und so sieht die Sprühsahne mit Zimt aus. Wir zeigen es mal ein bisschen näher. Also auch ein bisschen Zimtfarben, cremefarben, dunkel. Und es kommt ein sahnig-zimtiger Geschmack durch. Schmeckt auf Apfelkuchen besonders gut. Wie wir hier haben. Apfel-Zimt sowieso eine Kombination. Ich zeige euch hier noch ein schönes Produkt, was wir heute auch noch beim Weltkern gefunden haben. Das ist eine Kokos Spekulatius. Dies hier ist ja alles im Spekulatius-Trend. Kann man bestimmt auch mit Zimtsahne essen. Und tolle Produkte. Die Zimtsahne gibt es jetzt im Atundo-Shop. Ich zeige euch noch einen schöner Weg.